Okay, ne Gameaufnahme funktioniert schonmal nicht. Also erstmal, wir sind hier nicht auf dem fucking indischen Bazaar. Zweitens, das hier ist ein wunderschönes Meme-Game. Das werden wir heute mal anzocken und verzeiht mir die Black Bars. Ich schau mal, ob ich die irgendwie rauseditieren kann. Also seriously, das ist das erste Random Game. Und ich kapiere dieses Game einfach nicht. Das ist, ich weiß, das soll eine sehr gute Voraussetzung sein, um ein Game zu zocken. Music. Alle Leute, die die Musik gemacht haben, ja, haben wahrscheinlich keine Seele. Ich habe so keine Ahnung, was dieses Game von mir will, ne? Ah. Ich weiß jetzt immerhin so ein bisschen mehr als vorher. Also wenn das jetzt der ganze Sinn dieses Games ist, dann passt ich wirklich aus. Wer wollte schonmal offene Achterbahn? LOL. Dieses Game ist so behindert. Es wäre aber gut, wenn das Game noch für was anderes gut wäre als einen Behinderungssimulator. LOL. LOL. LOL, die schießen ja auf mich. Ah, jetzt weiß ich rum, dass Game Hentai-Shooter heißt. Dieses Game wird mein neues Lieblingsgame. Ach lol, ich habe eine HP-Anzeige. Oh, das heißt, die Party wird jetzt hier mal richtig abgehen. Warum treffen die mich? Selbst wenn ich den Behindertenkreisel mache. Nennen wir es den Behindertenkreisel. Das ist jetzt mein Special Move. Ich habe jetzt für euch die Sounds leiser gemacht. Aber die Sounds sind anders. Ihr RAP halt einfach. Ja, du kannst ein Flugzeug an. Ich nehme auch immer im Real Life kurz ein Flugzeug mit, weil man weiß ja nie, wann man mal ein Flugzeug braucht. Diese Game-Steuerung ist so behindert. Ciao. Ich glaube, Jonas kauft sich das sofort auf Steam. Warning, this is gonna end up being an ear rape. Special Move! Behindertenkreisel. LOL, ich bin gleich down. Fuck it. Hallo, ich will nicht verrecken, ihr Missgeburten. Und ich bin tot. Gut, dann würde ich sagen, das war's vom Hentai-Shooter. Bester Name, by the way. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne ein Like da. Und ein Abo. Schaut gerne am Sonntag, 18 Uhr rein. Da kommt ein Cisco-Video. Bis dahin. Ciao.